ARD Text im Auftrag von SWISS TXT Ach, kann man nicht beurteilen, wenn man mitten in der Nacht da ist? Ja, gut, schon mal wieder. Verschließt die 5 nach halb 2. Ja, ich würd mal sagen, dass du ohne, oder? Ja, ich bin schon unten. Oh, wo bist'n du? Folg einfach da runter, wo wir unsere Brüste geholt haben. Ok. Hallo? Hallo, ha-ha. Woah. Komm hier lang. Komm da drüben. Ah, da kommt einer. Hau dem auf die Füße hin. Das, das Böße! Hab, verrückt, du. Ich bin doch tot! Ich bin doch tot! Ich bin tot! Du hast doch auf mich gehauen! Nein! Ich war schon längst tot! Mein Gott ey! Oh! Ja die sind sehr traurig hier die Dorfbewohner Obwohl hier im Skyfall EVP eigentlich relativ viele sind noch, ne? Ich glaube Essen brauche ich gar nicht mitnehmen, Bogen packe ich ein paar Pfeile und gut ist Eimerschnitzel glaube ich Vorsichtshalber Pauerschnitzel, vielleicht helfen die auch einfach Pauerschnitzel, vielleicht helfen die auch einfach Pauerschnitzel 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 Holt ihr den? Ich hab den Schleppern! Die alte Soße! Das ist geil! Warte, bis du mich eben auskomm ich direkt wieder runter. Ja, man. Boah! Ah, es ist voll doof, dass man hier einfach einzeln wollen muss. Das wird ein rotes Schwein! Hahahaha! Scheiße! Oh, oh! Ich bin eul tot, ey! Scheiße! Das lässt sich davon, dass man die ganzen Items wieder einzeln holen muss. Ja, das ist echt erwärmlich. Aber was ist der Sinn von dem Spiel? Ja, da muss ja irgendwie einen Sinn haben, ey. Oder es ist einfach nur, ich hau dir jetzt an, noch für Schnauze zu spielen. Ist vielleicht ein Ding jetzt, steht hier links wo eine Lobby davon? Äh... Was man vielleicht dadurch hat. Davon hat. Du bist reines PvP wirklich. Wusser du die Items umsonst kriegst, um da nichts verloren geht. Bestimmt als Belustigung einfach, ne? Ja. Ja, ist doch, wenn du normal PvP spielst, sind dann ständig deine Sachen weg, ne? Ja. Ja. Hier hast du halt nur Level und so. So, jetzt geh ich richtig da rein, dann hau ich dir noch die Schnauze. Pfff. Dann hau ich aber schnauze. Das ist ein Problem, wenn ich hier runterfalle und dann noch nicht ausgerüstet bin, weißt du? Ja. So, die Angel ist am wichtigsten, damit ich die Items umsonsten ziehen kann. Ja. Wie ist denn du haust denn auf die Fresse, ganz einfach? Können wir? Ja, Moment. Hier unten mal 12 Faden mit. Wollt ihr dann eine Schwertrüstung anlegen, dann können wir... Alright. Wo gehen wir runter? Wollt ich nicht. Wo geht hinten? Ach. Warte. Ja, einfach gerade langsam runter auf den Vorsprung, dann kommen sie ins Dach. What the fuck? Bist du schon unten? Stefan, stell ich mal auf diese Platte drauf. Auf welche Platte? What the fuck? Ah, das war voll laut, ich hab mich richtig geschrocken, ey. Ui. Stefan, bist du da? Ja, aber ich bin irgendwo... Warte. Boah, das war richtig laut, ich hab mich so erschrocken, ey. Stefan, ich bin hier oben, über dir. Hallo. Jetzt komm schon. Huch. Und jetzt? Und jetzt? Ah. Oh. 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 Batsch. Ich bin hier, ey. Kannst aber nicht nutzen, ey. Verzaubert erst mal meinen Bogen, glaube ich. Kannst nicht nutzen. Na. Bieden. Okay, hier, hier nicht. Tatsache. Das ist doch ein scheiß Ort, ey. Hier lang, hier ist ein Weg. Wo? Ja. Ah. Da ist einer! Klopft den Knüppel. Ich schmeiß, ich schmeiß... Boah, ist vom Längen, ne? Adi, ich seh ihn nicht. Ist er runtergeflogen? Ja. Was ist das, manche? Dann muss ich erst mal blähen, hier. Dieser Baum steht unter Naturschutz. Jetzt nicht mehr. Oh, da ist er wieder! Ruh' den mal auf die Fresse! Boah! Warte, hättest du denn verguckt, wie ich getötet habe, Kai ist. Du hast eine Kill-Serie von eins. Du hast eine Kill-Serie von null. Wo bin ich gut? Sau, Kai ist geschrieben. Ja, ja. Was ist das? Oh, oh. Boah, ist wohl Theater. Boah, Stefan, der ist, der ist richtig dangerous. Hedgehog, Hedgehog. Können wir unternehmen. Boah! Boah, ich bin tot. Was haben die uns aber... Die wohnen uns das richtig hier in den Arsch. In dem kriegt ihr mich nie, die Schweine. Ich bin voll runtergehebt. Boah, das hat sie im Längen, ey. Weil ich runterlade. Oh, muss das sein? Ja, ist richtig. Boah, Stefan! Ich stepp mich in die Schalin. Eine Minute. Ja, ich bin tot. Danke, du Arsch. Eine Minute. Ja, eine Minute kostet mir mein Leben. Ja, scheiß auf Minecraft. Ich scheiß auf deinen Upload. Upload, immer noch. Affe. Ja. Du weißt, was ich mein. Weißt du nicht. Nein, nein, nein. Nein. Was lädst du denn runter? Das ist sofort fertig. Was du runterlädst? Tetris. 3.0. Boah, ich muss mal bald Packmen mal aufs Team holen, ey. Boah. An-equipped hier im Kampf. Glaub ich nicht so cool. Stefan, wo bist du? Bist du schon unten? Ja, ohne Ausrüstung. Oh. Klickt. Jetzt bin ich wieder oben. Jetzt bin ich im Equipment lang. Wie kommt man denn eigentlich wieder zurück? Wenn, äh... Wenn ich die Items, was weiß ich... Ja. Ah. Ach ja. Bi- Oh. 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 Ah... Ah. Ich will feile noch, dann komm ich Oh, oh Alles klar, wo gehen wir runter? Kommen wir die Fortnode hier hinten bitte bei den Stein weg Boah nee, das war so laut WTF Wo bin ich gelandet? Huch Pass auf Ich mach dich kaputt, ich rassier dich ohne Shampoo Der ist tot Weißler Hallo Stefan Hallo Hinter uns, hinter uns Was will der Mensch Der will nach uns Aldi Lauf weg, der kommt wieder Hol den direkt mit Bogen weg Äh Hier gibt es 16 xp umsonst Der kommt wieder Der kommt wieder Da 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 Bist tot Huch Ach der Wix hat irgend so'n Zauberscheiß hier gehabt Jaja, ich bin in ne Wallachal geflogen Samt Rüstung Samt Rüstung Scheuer, ey Was ist denn hier los? Ich bin nicht Hahahaha Echt? 118 118 Leute sind da gerade drauf Fauen wir mal mehr Damals waren wir 500 Oder 600 sogar Na ja, erst dann gucken wir morgen Mittag mal ist Jo Aber ich glaub ich würd's auch hier mit Michael Feier machen Bist nur Anrät spielen Bist nur Anrät spielen